Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineer Staffel 4. Am Start haben wir den Ostwind. Hallöchen! Ja, da hinten seinen Baufusch, äh, wieder beseitigt. Ja, mein Baufusch. Und die Klazina da hinten. Hi! Unsere Krankenschwester. Ich bin nicht deine Krankenschwester. Oh doch. Mit Herz, mit Herz. Mindestens. Komm her, ich komm. Die kann ich ja mal verarzt. Oh, geil. Oder nicht hier. Das, das müssen wir, das wäre dann wieder was für einen Juppern oder so. Du, da bin ich auch angemeldet. Da kann ich hochladen. Kein Ding. Wer darf mit euch beiden gleichzeitig werden? Oh, das glaube ich dir. Aufs Wort. Nee. Doch. Nein. Bartbrüder kreuzen ihre Schwerter nicht. Alter, äh, jetzt stürzt hier alles ab. Das wusste ich nicht. Ja. Ey, lass meine Wege ganz. Ach, das muss ich dann da unten. Das geht jetzt gar nicht kaputt. Das muss ich dann da unten zerlegen. Ja. Boah, Alter. Meine liebe Damen und Herren, haben Sie gerade nichts runtergefallen? Ich sehe nichts, nein. Von YouTube hat es gesehen. YouTube kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Ich habe es auch gesehen. Klazina hat es gesehen. Nein, glaube ich nicht. Doch, ich stehe doch hier. Warte mal. Wo denn? War das damals, wer zu viel weh ist, muss weg. Klazina? Wie hast du das hingekriegt, bitte? Ich habe schon eine Ahnung. Und zwar hast du ja auch weggeflext, aber ich hätte nicht angefangen. Und zwar, das ist es runtergekommen. Ja, Alter, ich wusste es ja nicht. Es tut mir leid, ich wusste das ja nicht. Wir reden Minecraft. Scheiße. Aber, na gut, es ist dein Anzug nicht mehr. Alter, wieso kann ich jetzt... Aber das ist meine Ruhe. Wieso kann ich jetzt hier nichts draufsetzen? Wo? Hä? Ja, weil dort überall noch Stahlplatten rumkriegen. Na, wo habe ich ja eingesammelt? Da drüben rechts. Wo? Das ist doch immer reißvoll. So, hier, oder? So. Und hier jetzt noch das Ding... Aaaaaaah! Jetpack an! Eins, zwei, drei. Müsste das sein. Hast du das jetzt doch zu lang gemacht? Wie zu lang? Alter, das ist genau richtig jetzt. Ja? Also, jetzt kommt noch eins drauf. Und dann passt's. Hier, guck mal. Das ist aber nur dreie lang, die Schräge. Hier, guck mal. So. Die Schräge ist aber nur dreie lang. Eins, zwei, drei. Ja, passt. Passt. Das sah gerade ein bisschen länger aus. Passt. So. Ich hab nix gesagt. Glasina war's. Vielleicht versucht er sich ja auch mit Kunst. Wirklich. Und wie weit bist du? Kann man auch schon hier atmen? Nee, das brauch ich auch ein bisschen. So, jetzt müssen wir erstmal... Wie lange der von Teilen von oben wirft. Sieht interessant aus. Hier kann man irgendwas reparieren. Interessant aus. Wie dreh ich denn die Blöcke? Ähm, mit Einflügen, Entfernen. Ach so, hier die vier, Post, Eins, Ende und... Ja. Okay, alles klar. Danke. Es dauert manchmal eine Weile, bis man da so ein bisschen den Dreh raus hat. So, warte mal das hier. So sollte es doch am Ende aussehen mit den Gängen, oder nicht? Wo? Wie? Ja, wo ich hier jetzt rum vorstelle. So, Abschnitt drauf geachtet. So, ich muss immer mehr auf den Hintern gucken. Leichte Panzerung. Block. Ja, ich gucke auf den Hintern. Ja, genau. So. Auf den Neuen. Den in der Hand nehmen. Shift und P. Du bist die erste Frau, die ich wirklich kenne, die hier Space Engineer spielt. Find ich cool. Was? Na, dass du die erste Frau bist, die ich überhaupt kenne, die da Space Engineer spielt. Ich weiß, ich habe auch weibliche Zuschauer, aber was die weiblichen Zuschauer gucken, weiß ich nicht. Was? Sind die schon bei mir? Mädels! So, Oswin, klickt mal drauf. Auf jeden Fall. Also, Leute, Oswin, ganz dufter Typ. Und Kanal ist natürlich, wie immer, auch immer in der Videobeschreibung. Guckt auf jeden Fall mal bei ihm mit rein. Da habt ihr quasi noch zwei Sichten. Einmal meine und einmal seine. Vor allem, wie er da hinten gefällt hat. Und sein Baufürcht da beseitigt. Sein Baufürcht liegt da noch. Ah, so, jetzt habe ich sie auch so. Und da drüben ist es. Das mit dem Drähen ist halt nicht einfach. Ja, das ist nicht so easy. Ich gucke, jetzt muss ich gucke. Wo das denn? Ja, das muss, ja, ja, ja. Wenn es nicht hinhaut, schickst du den Ostwind hier her. Der macht das schon. Der muss alles ausbügeln, der Arme. Habe ich jetzt laut gedacht? Nee, ich habe nichts gehört. Okay. War Klassina mit ihrer Aussprache. Ah, ja, ja, ja. Macht Sinn, macht Sinn. Was, Inventory voll? Willst du mich verkohlen? Äh, ich hätte eher gesagt verarschen, aber verkohlen geht auch. Hier, komm, mit Teil, mal hier. So, zack und tschüss. Was? Nix. Hä? Nix. Wie jetzt zack und tschüss. Ja, zack und tschüssikowski. So richtig zack und tschüss? Ja. So wie Chuck Norris. Ah. Da ist ja auch kein Honig, der kaut Bienen, ne? Ja, genau. Der kann dir ja auch einen Kopfschuss ins Knie geben, sodass du Bauchschmerzen am Arm hast. Ja. So. Warte mal, jetzt, äh. Ich frage mich sowieso mal, wer sich die Chuck Norris-Witz einfallen lassen hat. Ja, das frage ich mich auch. Die ist ein. Müssen wir mal einen dann, wenn wir raus haben, wer es ist. Du lädst ein. Ja, aber wenn du rausgekriegt hast, wer es ist. Was? Die, die dringt. Lass, lass die nur. Die dringt. Sag mal, Ostwind, waren die nicht? War vor ein paar Folgen irgendwie, dass du hier mit, mit, mit Strapse und so? Pssst. Ja, mit Rohranne. Wir müssen ja die Zuschauer noch mal dran erinnern. Ich glaube, ich hab da, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das fällt mir gerade wieder ein. Können wir das nicht einfach vergessen? Nein. Oh Gott. YouTube vergisst nie. Also Leute, bitte unterstützt mich in der Sache. Oh Gott. Wir wollen doch alle den Ostwind sehen. Ach ja. Oh Gott, muss ich noch immer so viel Scheiße labern? Dum dum dum. So, warte mal. Das sind wie viele hier? Vier. Eins, zwei, drei. Genau. Und hier eins, zwei, drei, vier. Wann das doch doch zwei, oder? Vier. Das war ein. Vier. Ach, das war nur einer. Vier. Dreh eh noch. Dreh, vier. Ne, bei mir war doch noch eh noch. Eins, zwei, drei, vier, vier, so. Ne, ne, war doch nur einer. Ne, ne, war doch noch einer. Ich habe gerade geguckt, das war nur einer. Zwei, drei, eins, vier, zwei. So. Dann da ganze Fasching hier zu. Was, Fasching? Ja, ja, da ganze Fasching hier, wo noch zugemacht werden, so. Cool. Da gibt es doch wieder diese leckeren Pfannkuchen mit Senf. Ja, ja, gibt es. Oh, die sind lecker. Habe ich noch nie probiert. Echt nicht? Also ich mag Senf. Ich mag Senf wirklich, aber nicht mit Pfannkuchen. Musst du mal probieren. Wir haben sogar ein Senfmuseum. Ja. Es gibt ein Senfmuseum. Ja. Es gibt doch auch ein Bratwurstmuseum. Bitte was? Eigentlich gibt es sogar zwei Senfmuseen. Es gibt auch ein Kloßmuseum. Und ich war schon in, äh, ich mach jetzt mal Werbung. Ich mach jetzt mal Werbung. Die Kloßwelt in Heichelheim. Heichelheimer Kloße sind top. So. Wo muss ich jetzt loswerden? Das ist Heichelheim, oder was? Ja, so ungefähr. Nee, nee, wie war das? Heichelheim. Heichel oder Eichel? In der Nähe von Weimar? Eichel, äh, nicht Eichel. Jetzt, 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 jetzt. Sei ruhig jetzt. Sei am besten ruhig. Was? Seid ich doch gar nicht rein. So, die haben, die haben sogar, ne? Heichel. Nee, Bratwürste. Das sind riesengroße, fette, dicke, richtig fette, dicke Dinger. Die sind so, keine Ahnung, 20, 30 Zentimeter lang. Ähm, das sind Kartoffel, das sind Kartoffelbratwürste. Da kannst du mal sch- Warum macht kein Bratwürste? Kannst du, kannst, das ist voll lecker. Kannst du mal in Scheiben schneiden und dust es einfach braten. In der Pfanne oder auf dem Grill. Alter, das ist so mega lecker. Das ist so mega lecker. Brauchst du keine Beilagen. Top. Für Männer einfach nur top geeignet. Hm. Alter, wer braucht schon Beilagen? Beilagen? Rotz. Beilagen? Im Bett? Ja. Ja, das ist cool. Uh, da noch? Und? So. Plattform fertig. Ach nee, wir müssen von unten, müssen wir noch irgendwas machen. Von unten sieht's noch. Ah, ja. Ja, da hat's ja gefrischt. Ich heiße ja nicht Smoker. So. Das ist, äh, ich hasse diese Steuerung. Welche? Das Drehen. Äh, ja, das mag ich auch nicht immer. Weil du kriegst das, äh, nicht immer gleich so aus, wie du's gerne hättest. Oh, das zweite Landepad ist fertig. Ich glaub, hier dazwischen kann ich doch kein Sinn, das würde sonst zu überladen aussehen. Jetzt hab ich's. Boah, Alter. Das dauert ja hier. So, und so. Und jetzt müssen wir die ganze Kacke nur noch wieder zampfen. Ach, da unten müssen wir ja noch was beseitigen. Denk immer dran. Aus Hackepeter wird Kacke später. Ja. Und vor allem, was ganz wichtig ist, nur noch einen Tag. Dann Heiligabend, oder was? Nee, dann ist morgen. Nee. Ist es schon wieder soweit? Ja, ja. Ach, scheiße. Ah, und ich muss noch so viel Zeug besorgen. Man muss ja jeden Tag, man muss ja jeden Tag feiern. Als ob's der letzte ist. Sag, sagen sie ja immer. Äh, ja, irgendwie nur. Ne, also, Proho. So für Schole kannst du doch nicht scheffeln. Ich bin doch mit YouTube hier so reich. Mit meinen 60 Abonnenten. Die bringen mir so viel Kohle. Prost. YouTube Money. Oh Gott. Ich frage mich echt, wer das klappt, dass man da reich wird. Ja. So, ich geh mir nachher einen Arsch abwischen. Ja, abwischen. Ich hab da Werbung geschaltet, ja, es wird doch schön. Ist doch schön, wenn sich da irgendwann mal da das Hobby ein bisschen selbst mitfinanzierbar ist. Das kostet ja alles, gell. Sauerstoff mit Flasche wieder aufgeholt. Ja. Aber, äh, 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 träum weiter. Ja. Das, das, das ist auch nur ein Traum. Mal gucken, hab ich jetzt hier auch die richtige Stelle erwischt. Es ist halt einfach mehr Fun als alles andere. Das stimmt. Also, wir machen es ja eh nur, weil es uns Spaß macht. Zur Belüstigung von euch, für euch, mit euch. Genau. Aber cool ist halt, wenn sich das halt irgendwann mal in ein paar tausend Jahren, ja, dann leben wir noch, weil wir haben Kryo-Kapseln. Dann selbstfinanziert. So, dass wir, wenn wir aus der Kryo-Kapsel aussteigen, gleich wieder weitermachen können. Millionär. Bam. Nie wieder arbeiten. 1, 2, 3, 4, 5, okay. Wurde dann jedes Video eine Milliarde mal angeguckt? Mehr. Mehr. Ich hoffe es doch. Wenn ihr schön auf dem Lassenden bleiben wollt, vergesst das Abonnieren nicht. Ja. Genau. Und was wir auch noch sagen könnten, Glasinchen, mein Bienchen, hat mir da an der Homepage gemacht. Die findet ihr auch im Kanal. Also, oben bei der Kanalbeschreibung. Genauso wie unsere Steam-Community. lp.de.tl Das Ding kann ich mir nie merken. Das ist aber feinlich. Äh, äh, ne. Nö, nö, nö. Feinlich ist, wenn du außer Haus gehst und merkst, erst draußen, dass du keine Klamotten anhast. Passiert mir öfter. Passiert mir öfter. Das kann ja auch nicht hier passieren. Äh, vermutlich. So, kommst du raus. So schön noch mit Kaffee und Zeitung in der Hand und dann so, äh, schön gestreckt. Unten guckt der ob dicke Bücher raus. So, guck mal. Haut das jetzt hin. Müsste, ne. Wer soll gucken? Du. Ich. Alter, jetzt ist top. Jetzt ist einfach nur top. Ich bin unter Relax. So. Ich muss mal schnell U-Board und wir sind auch schon beim Folgenende. Warst du schon wieder? Ja. Warst du schon wieder? Heute ist es über. Und da hinten geht es dann rum. Ich sei aber schnell rum. Wer hat denn anmoderiert? Du. Oh. Okay. Ja, liebe Leute, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch auf jeden Fall einen Kommentar da. Da war da. Wo war alles? Wir bedanken uns für's Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Juhu. Oh, das wird die Lauf-Tanken hier wieder. Scheiß-Pockelei bei dem Swar-Warner. Also, ey. Hm?